Hallo und willkommen zu meinem ersten und neuen Let's Play Super Mario World und ja das da oben löscht ich erstmal sofort. Das war nämlich nur eine kleine Einspielung nochmal. So warum nehme ich Super Mario World auf? Ja vielleicht liegt es daran dass ich Super Mario World sehr gerne Spiele und auch heute noch. Es gefällt mir einfach. Es ist einer der besten Mario Titel und ja mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gefällt mir einfach ganz einfach und ja deswegen dachte ich mir nehmen es auf. Eigentlich wollte ich ja noch was anderes aufnehmen, aber jetzt gerade nicht so viel Lust darauf. Wenn ich jetzt schlecht spielen sollte in dem Spiel nicht wundern, weil ich spiele wie das Tastatur. Ich kann nicht so gut Super Mario World mit Tastatur spielen. Höchstens mit dem Gamepad, aber ja, okay jetzt kommt bestimmt die Frage aber warum spielst du denn nicht mit dem Gamepad? Ganz einfach weil ich jetzt gerade zu faul bin mir ein Programm zu holen um das zu konfigurieren und das dauert dann wieder so Zeit und dann habe ich wieder keinen Bock zum aufnehmen. Ja toll und dann habe ich einfach keine Lust mehr und dann ich nehme schon seit einigen Wochen und Monaten nichts auf auf meinen Kanal oder lade was hoch oder irgendetwas. Das ist schon ein bisschen traurig. Deswegen muss ich jetzt auch mal was machen und jetzt habe ich gerade richtig viel Bock. So jetzt habe ich wieder keinen Bock. Ne, Spaß bei der Seite. Ähm und wahrscheinlich spiele ich im nächsten Part dann mit dem Controller, Gamepad, was auch immer. Weil das gefällt mir jetzt nicht so mit der Tastatur, muss ich echt sagen. Dann sollte man sowas mit dem Gamepad wirklich spielen. So, dann gehen wir jetzt gleich mal zum Ding. Game Switch Palace oder Yellow Switch Palace. Mir scheißegal, ob deutsch oder englisch. Okay, das ist idiotensicher, das Level ich. Das könnte man eigentlich nicht wirklich verkacken, außer man wartet auf die Zeit, bis die Zeit abläuft. Dann könnte man höchstens sterben. Okay. Easy. Easy going, könnte man sagen. So, bla bla bla. Ich habe das geschafft und so. Ja, gelbe Striche werden so gelbe Blöcke und kurz gefasst einfach so gesagt, warum die das nicht gleich so einfach reinschreiben, dass das einfach nur dann einfach nur gelbe Blöcke dann sind. Wir müssen erstmal so lange, so lange ein Mist schreiben. Na gut. Dann gehe ich jetzt mal zu Yoshi's Island 2. Das sollte überhaupt kein Problem eigentlich sein. So. Ja, was will ich denn das? Das brauche ich gar nicht. Geh weg, Pilz. Ja, 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 Yoshi. Ich kenne dein komisches, dein komischen Text. Ob du dich freust, mich zu sehen. Natürlich. Das koste ich auch, wenn ich dich in den Abgrund schmeiße. Nein? Schade. Das ist mir grad so kackegal. Das Leben ruhig noch mal. So. Dann habe ich das auch jetzt mal geschafft. Gleich das Yoshi's Island 2. Läuft ja eigentlich ganz gut bis jetzt. Mit der Tastatur. So. Wenn ihr euch wundert, wenn es mal manchmal hier leckt in dem Spiel, das liegt dann daran vielleicht, dass zu viele Gegner in einem Bildschirm sind. Das ist irgendwie wegen dem Emulator so oder wegen dem Spiel. Bin ich mir nicht ganz genau sicher. Und dann kann es halt passieren, dass es halt leckt und das passiert auch, wenn du nicht aufnimmst. Das passiert halt immer. Also das kann man jetzt nicht wirklich abstellen. Das kann man jetzt meinen. Das soll ja auch nicht besonders schwer sein. Na gut, ist ja auch die erste Welt. Es ist ja logisch, dass es nicht schwer ist. So. Alter. Ich dachte jetzt schon. Ja, ich konzentriere mich, falls ich jetzt nicht rede. So. Boah. Das leuchtet wie am Schnürchen bis jetzt. Und ich bin gleich in Igis Castle. Finde ich gut. So, ich nehme die Feuerblume, damit ich jetzt stärker bin. Ich kann ja eh keine Feuerbälle werfen. Wegen Yoshi. Und ich renne einfach mal durch. Ja, hier zum Beispiel. Hat man es gerade gemerkt. Dass es ein bisschen geleckt hat. Ja, wie hier. Das liegt an den Viechern da unten. Warum auch immer. Aber ich habe das Level eigentlich ganz eiskalt bewältigt, könnte man sagen. Und. Ja. Geschafft. Ab zu Igis Castle. Ich könnte jetzt eigentlich dort lange was machen und Leben farmen, aber... Ich möchte hier einfach nur durch und kriege Schaden. Na klar. Na klar. So. Ganz... Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht in die Lava falle. Okay, was heißt Lava fallen? Ich bin... Ich falle eigentlich nie in die Lava dort. Ach Mensch, Scrolling. Oder Scrolling. Oder... Egal. Es ist einfach nur Scheiße. Er macht schon Scrolling-Levels. Die dauern einfach unnötig lange. So, ganz einfach. IZ. Ja, das war ein sehr spannender Endkampf. In dieser Welt. Also, das war das Spannendste von allen. Ich muss echt zugeben, das hat mich so mitgerissen. Ich bin gleich vom Stuhle gefallen, wie der Boss hier seine epischen Moves benutzt hat. Also... Also, der Boss war richtig schwer, Leute. Ich glaube, ich hätte fast verkackt. Okay, wir haben die erste... Erstens Castle besiegt. Und da steht jetzt so irgendein behinderter Scheiß, was ich wieder nicht lesen will. Ich weiß schon, was da steht, aber... Es ist einfach unnötig. Ich will halt nur schon... Spiel spielen. Ja, wir safen einfach wieder. Und machen hier weiter. Der Donut Blains 1. Ach Mist. Ich vergesse ja, dass ich ja noch Yoshi habe. Gut, weg mit dir. Brauche ich nicht. Oh. Alter, die verfolgen mich ja immer noch. Nein, 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 nein. Alter, was soll das? Bleib groß, Mario. Hätte ich immer unnötig klein. Das hilft dir zu gar nicht. Nein. Ich weiß nicht, erst mal ein bisschen gestehen. Ich will normal nur den Secret-Ausgang erst mal. Ich mach den Secret erst mal. Gibt's das von hier oben hin? Jawohl. Perfekt. Nehmen wir erst mal den ersten Secret-Ausgang und dann machen wir das Level nochmal, um den normalen Ausgang zu bekommen. Ja. Geh weg. Nein, Mario, pass auf. Mach nicht irgendwelche unnötige Scheiße, wie immer. Mamia, ich kann dir doch nichts dafür hören. Halt das Maul, Mario. Ganz im Ernst. Ach nein. So, okay. So. Die hessischen Baseball-Furzis hier. Dann hab ich das Level auch geschafft. Yay. Oh, ein Bonus-Deal. Jetzt kann ich das hinkriegen. Nein, 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 nein. Ach, ich hab ja zwei Ups. Ja, ich hab ja zwei Ups. Alter, sah das gerade komisch aus. Der Mario gerade aussah. Hm, mach ich das Scrolling-Level? Ach, ich mach das Scrolling-Level. Jetzt keine... Eigentlich hab ich auf beides keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf das Scrolling-Level, auch keinen Bock auf das Unterwasser-Level. Es ist beides einfach nur Kacke. Weil beides einfach so extrem lange geht. Ich mag die so, was so lange geht. Ich mag schon, wenn irgendwas lang geht, aber jetzt... Ich mein jetzt... Dass man sich da so langsam bewegt und so, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nichts Spannendes. Los, schnell rüber. Eine Münze. Wow. Hat sich voll gelohnt? Geh weg. Du, gleich mit. Mein Yoshi-Terminator hier. Der zerstört alles. Ich bin so OP mit Yoshi. Nein, komm her! Ach, Mensch. Wir machen erst mal den Secret-Ausgang, würde ich sagen. Weil... Ach, es geht einfach jetzt schneller. Na gut, ist eigentlich auch relativ egal, aber... Ach, ich scheiß auf Yoshi. Ich brauch dich eh nicht. Ich brauch dich eh nicht. Ach, Mensch. Ich kann doch einfach Yoshi mitnehmen. Das macht keinen Unterschied. Ich nehm ihn einfach mit. Mach dein Scheiß auf den. Nicht so blöd, das hier aufzupassen. Warum mach ich mir denn die Mühe, den mitzunehmen? Wenn der doch eh immer stirbt. So. Ja, dann machen wir den Green Switch Palace gleich. Besser ist dieses komische Wasser-Level. Ne, da geh ich nicht runter, hab ich keinen Bock. Ich nehm den Panzer einfach mit. Haha. Jetzt hab ich einen Panzer. Was mir überhaupt nichts bringt. Und... Das gleiche wie vorher. Bloß jetzt in grün. Aber... Die gelben geben halt solche Pilze, wenn man da dran kommt. Und die grünen immer Federn. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen den... ...Blöcken. Natürlich will ich save machen. Was für ne dumme Frage. Na gut, mach ich noch das eine Level hier. Dann beende ich den Part fürs erste. Haha. Denkst du, du kannst mich angreifen, ne? Mobbingkreis. Oh fuck. Ich bin reich. Ich habe Geld. Hier ist wieder... Mario, hör auf! Jetzt wieder eine Feder. Ja! Bay Blade! Uuuuuh! Ich bin wundersend, dass ich nicht getroffen wurde von dem Monster. Ach egal. Ich habe ja eh noch eine Feder hier. Nein, 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 nein. Nein! Ach man, ich bin gestorben. Richtig dumm. Aber egal. Doch mal. Nicht Pause. Ich meine das Item. Danke. Ich bin halt einmal gestorben, was auch immer. Alter, ich dachte jetzt schon. Ich muss hier mal ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich spiele ja eh mit das dazu. Also ist das natürlich verständnisvoll, dass ich jetzt hier ein bisschen schlecht spiele. Aber egal. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's schon perfekt zu spielen. Mit der Tastatur. Aber wenn ich das Gamepad hab, dann wird's natürlich besser laufen, sag ich jetzt schon. Nee, ich lass mich nicht darauf ein und geh hier gleich drauf. Ich geh den Weg nochmal, weil der geht eindeutig schneller als dieses dumme Scrollen. Also, ich geh jetzt nicht in den Geheimgang, sondern gleich daneben gibt's noch eine Röhre, die mich auch zum Ausgang fühlt. Das ist der Trick bei dieser Geschichte. Ja. Dann würde ich sagen, war's das für den ersten Part. Ich freu mich schon auf den nächsten Part. Vielleicht nehm ich den auch jetzt gleich danach auf. Und, ja. Schaut nächstes Mal wieder vorbei. Und mehr hab ich auch nichts zu sagen. Liken, wenn's euch gefallen hat. Abonnieren. Wär auch schön. Und sonst... Gibt's nicht viel zu reden jetzt eigentlich mehr. Also. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part.